Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon Drakanto. Wir sind hier beim Suikun Spawn noch. Ich habe leider da nicht mehr Zeit gehabt noch eine Folge hinzu zu machen. Und jetzt ist der Suikun natürlich weg und das Mega Kongama. Aber hier haben wir noch neue Bäume scheinbar. Das leckt noch, weil ich neu im Spiel bin. Riesling Thorn ließ. Okay. Schauen wir gleich mal, was der Frank der Selbstling hergibt. So. Ja, ich finde immer mehr gefallen damit, mit dem Projekt. Ich werde das natürlich noch lange machen. Es sieht auch nicht schön aus. Und ja, es gibt mir mehr Motivation. Natürlich, dass ich alles so gut eingestellt habe. Also ein paar Legs und so. Alles kann man sicher besser machen. Oh, das ist wieder ein Mega Wingull. Das sind normale Blumenschau. Ich dachte, die roten wären. Weil es noch kurz dran eine Blume gab. Etwas anderes. Aber das ist doch mal wunderschön. Also hier eine Stadt zu bauen oder so. Also so eine Art Dock. Ist ja mal mega geil. Nur eben, ich brauche die Rohstoffe. Und ich habe die Rohstoffe noch nicht gefunden. Meryl kämpft gegen ein... Oder? Ja, ich hätte vielleicht nicht angreifen sollen. Aber ich weiß, wie der voll ist. Ich setze mal Raserei ein. Das wird nicht viel. Ich schade. Ja, aber... Gefällt eine Raserei. Okay. Irgendwas mit nachfolgenden Attacken. Scheinbar. Ja, wir schaffen es. Denke ich mal. Das ist knapp. Ja, wird nicht so knapp, weil der Blob reingesetzt wird vom Gegner. Das ist natürlich nicht so gut vom Gegner. Aber die wissen ja das nicht, weil die KI nicht so gut ausgebaut wurde. Das ist immer schon ein Problem an Pokémon. Die gegnerische KI weiss nie, was effektiv ist. Ich finde das so doof. Ja, ja. See Lavendel. See Lavendel. Gut. Sehr gut. Also mal schauen, ob jetzt hier ein neues Biom kommt. Und ja, ausgerechnet in den 1.16 Snapshot-Vorstellungen habe ich natürlich Mesabioms gefunden. Und jetzt möchte ich gerne noch eins finden für hier. Weil ich habe eine mega gute Idee, die eigentlich auch ein bisschen zu Pokémon passt. Aber ihr wisst schon, was zu einem Mesabiom gehört, welches Volk. Und ja. Völlige Level, nein. Und bringt. Das ist wichtig. Oh, ich bin silberverrückt. Ich glaube, es wird sogar sterben, wenn ich da noch einsetze. Aber ich probiere es einfach mal gut, dass es daneben ging. Ne. Okay. Ist noch eine Raserei. Noch nicht gelb. Nochmals Raserei. Nicht töten. Nicht töten. Sehr gut. Und jetzt Beutel. Und nicht sterben, bitte. Also nicht ausbrechen und mich meinen Pokémon töten. So. Gut. Wir haben es. Wunderbar. Drei, um fertig zu werden, erreicht. Sehr schön. So. Hier seht ihr noch. Ich habe noch Dufei-Ticker-Falz gemacht, damit nicht alles abbrennt, falls wir mal irgendwo Feier haben. Und nochmals zu Sicherheit Keep Inventory angemacht. Aber ja, das ist halt ein Projekt, wo man jetzt wirklich nicht aufpasst. Auch nötig. Ähm. Weil ich bin jetzt nicht so in Stimmung immer aufzupassen. Das ist einfach eine Sicherheitsmassnahme. Mehr auch nicht. Ich denke, es bringt jetzt nicht mehr so viel, hier durchzugehen. Sondern eher in die Wüste. Weil es ist halt einfach wichtig. So. Rohstoffe brauchen wir auch recht viel. Also Wollefram. Und. Ja. Immer diese Pflanzen an Bäumen mitnehmen. Die brauche ich in nächster Zeit. Ihr werdet es dann sehen. Wieso. Äh. Der Dodo hat einen Lärm gemacht wie eine Katze. Ja. Ich habe immer so gedacht, Housecraft jetzt nun rein zu tun. Aber. Nee. Es tut mir nicht so gut, jetzt auch immer wieder Essen und so zu haben. Also es gibt genug Essen mit anderen Mods. Und wenn ihr wollt, kann ich ja wieder Housecraft rein tun. Ist halt nur. Auch halt ein bisschen zu voll und alles mögliche. Und nochmals. so viele Rohstoffe immer mitzunehmen. Lieber nicht. So. Aber ihr dürft gar nicht wählen, wenn ihr es so haben wollt. Auch ein Mod. Ein bisschen sehen wollt. So. Und mit. Toll aus. Was ich eben nicht machen werde, ist es richtig kinderfreundlich zu machen, diese Welt. Ich werde sie eher ein bisschen erwachsener machen. Aber ja auch kleine Kinder oder ja. So Sachen einbauen. Müssen ja auch irgendwo sein. Aber eher nicht so kinderfreundlich. Eher erwachsen. Das ich wirklich eine erwachsene Pokémon-Region mache. Die einfach auch relativ... Oh, Ackerknall. Das ich auch relativ ähm... Ja, so moderne Rundspiele mache. So richtig ähm... Realistisch halt. Und ich werde morgen früh wahrscheinlich ein Livestream davon machen, dass wir endlich ein bisschen vorwärts kommen. Ja. Muss ich noch hinten den Titel schreiben, weil ich das jetzt am Anfang nicht... also vergessen habe zu schreiben. Endlich mit. Anlassen wir hier. Was andenken. Ja. Äh. Guck da. Ganz viele Sachen. Wow. So jetzt. Viel zu viele Sachen hier. Dabei. Ja. Nicht lecken, bitte. So. Nehmen wir natürlich alles mit. Und... Die Biester hat leider nichts. Ich würde gerne... Ja, ein Tempel finden oder ein Dorf, aber... Das hat jetzt auch ein bisschen abgelenkt vom... ... coolen... ... so ein Cock. Das möchte ich gerne mitnehmen. Ist er nicht. Irgendwie ein oder zwei von dem Cock den... ... mit... ... da oben. Sieht meistens schöner aus, wenn man natürlich... ... ähm... ... ein paar Sachen entfernt, weil das Spiel einfach zu viel spawnt. Dann sieht's auch immer viel schöner aus. Ja, nehmen wir einfach die oben. Oder ja... ... hier nicht. So. Zwei haben wir. Jetzt könnten wir eigentlich noch kurz... ... hier in die Richtung gehen und dann ein Wayprint machen. Ja. Ich denke, das sind immer die gleichen Pflanzen, wie wir am Anfang... ... äh... ... abgesammelt haben. In diesem Part. Deshalb... ... hier unten jetzt nicht an. Das Feuerriegel ist leider auch verletzt. Ja, klar. So regnet er jetzt natürlich nicht, aber wenn ich natürlich... ... mit Pokémon Schwäche ist es so... ... geblieben. So, ähm... Ja, äh... ... die sind recht häufig, die nehme ich nicht mit. Ich suche einfach Spezielle meistens... ... damit ich natürlich auch... ... äh... ... ja... ... nicht sie so mega suchen muss, oder? Oh, Zwiebel. Pennsylvania Zwiebel. Hm. Das ist eine gigantische Wüste. Hier ist eine Wüstenstadt. Oh, ich hab ne geile Idee. Ich hab ne mega geile Idee. Es passt auch zu... ... Pokémon. ... und ja... ... in dieser Wüste da... ... irgendwas so etwas machen. Wär so geil. Aber das sage ich dann, wenn's soweit ist. Ich werd's sowieso machen, weil ich einfach... ... das liebe. Das hat einfach auch... ... ähm... ... ja, wie soll ich sagen... ... extrem zur Wüste passt, weil's nirgendwo anders gibt. Das gibt's nur in der Wüste. Deshalb hab ich da... ... eine geile Idee. Weil's so geil ist, kann ich das einfach nicht verraten. Hehehehe. Aber ist so. Hallo, du bist ja nackig. Die dunkle Klaue. Ich mag niedliche Pokémon. So ein Typ hat mich deswegen einmal fertig gemacht. Einmal... ... und nicht zweimal. Ich verpasse ihm eine saftige Anzeige... ... und dann haben wir das... ... wir echte Männer geklärt, vor Gericht. Naja... ... wieso nicht mit Fäusten... ... als vorhin die Fresse? Hm. Keine Ahnung. Weil manche... ... halt weich sind. Manche Männer sind ein bisschen zu weit. Ja, darf ich hier durch? Geht das? So ist hier ein Schaf in deinem Garten. Heil! Ja, da gehen wir lieber hier hoch. Ah, geht's. Nur aufpassen, dass mein Kopf nicht anschlägt. So, da ist doch ein... ... great. Kleine Lagerkiste. Nehmen wir alles mit. Ja. Bauen wir es auch. So. Lieber nichts, gell? Zeit verschwinden. Und hier hätten wir noch... Oh, Team Rocket. Was machst du hier drin? Glaubst du, andere Teams machen sich auch über uns lustig? Ja, halle. Das ist Team Rocket. Das wird lustig angemacht. Zumindest sind wir besser als Team Skull. Richtig? Ja, ich kenn's Team Skull nicht so, aber... Ja, die machen sich schon richtig. Das stimmt. Manchmal muss ich mich Wochenlang im Wald verstecken, nur um Noctu zu entdecken. Es wird etwas unangenehm, wenn man auf dem Boden schläft. Naja, jemand muss es tun. Kacken Noctus auf die Menschen. Wie die Tauben. Das ist gut, dass es im See-Temple zu nehmen ist schwerer als das Öffnen einer Muschel. Okay, ist eine Muschel zu öffnen schwer. Ihr habt eine tolle Tür zum Selbstmord machen. Aber ich gehe lieber hier wieder raus. Und... Ja, das geht natürlich. Da haben wir. Ich habe Auto gefahren. Äh, was ist hier drin? Auch noch mein Mann. Wir lernen etwas über eine entfernte Region im Geografie-Unterricht. Es gibt viele Vulkane überall. Genial. Okay, dann möchte ich auch gerne sehen, aber der Weltgenerator setzt, glaube ich, keine Vulkane. Ja. Ihr lebt viel zu gefährlich hier, ey. Was habt ihr denn mit diesem... Und dieser Schlucht? Wie habt ihr denn das gebaut? Ich glaube nicht, dass die Schlucht neuer ist als das Ding. Doof. Ja, Mr. Donut. Hallo, wir verkaufen heute Nachmittag frische knusprige Brote zum halben Preis. Kann ich dich für ein Dutzend von Feinsten interessieren? Ja, gib mir doch. Team Aquagrant. Groudon ist cool und alles, aber nichts ist besser als unser Kyogre. Ja, ich mag Kyogre auch ein bisschen lieber. Aber Groudon ist auch sehr, sehr gut. Weil ihr so schöne Brunnen habt, nehme ich ein paar mit. Ein bisschen auch wieder zu dicht. Was ist denn das für ein Seed hier? Also, wie wurde denn das generiert? Ein paar Schluchten. Boah, majestätisch. Einfach krass, genial. Wirklich, alle Gebäude sind schlecht zu betreten. Professor Raas. Du hast keine Ahnung, womit ich mich beschäftigen muss. Einer meiner Assistenten brachte eine riesige TNT-Kugel hervor. Oh, die möchte ich sehen und nicht explodieren lassen. Ich glaube, wir haben langsam so einfach ultimativ viele Items zum weglegen. Also, ich denke, ich bald zurück muss. Ähä. Alles voll. Ja, alles voll. Okay, wir müssen bald zurück leider. Aber gut, aber gut, aber gut. Noch geht's. Mach dich fein. Schütze dich mit einem Rüstungsteil aus Eisen. Pokémon ist super. Äh, Rüstungsteil aus Eisen. Einfach neu angelegt und jetzt habe ich es auch angezogen. Okay. Ja. So, jetzt, äh, Pokémon Center. Also, das Pokémon ist sowas von crazy gespawnt, dass ich mir so denke. What the fact? Warte, sie hat generiert. Natürlich alle Dinge mitnehmen. Ist ja auch klar. Alles mitnehmen, wirklich alles. Hier wird aufgeräumt. Dann haben wir beide die gesamte Spitzhacke. Ja, ich denke bald. Jetzt können wir wirklich hier auch noch was mitnehmen. So, und dann als nächstes machen wir eigentlich das mit dem Bauern im Livestream halt. Ich habe ja gesagt, im Livestream eher bauen und in Redis eher, ja, sagen wir mal, Pokémon entwickeln und Gegnerkunden. Können wir eigentlich auch noch im Livestream machen. Nur, ähm, ja, also hauptsächlich im Livestream. Es hat Bauern und, ähm, NPCs erstellen. Ich warte immer noch auf ein paar NPC-Namen oder so. Ihr dürft eigene werden oder Fremde, aber einfach, dass ihr ein bisschen mir helft, Namen zu finden für NPCs. Weil ich jetzt auch nicht alles könnte machen, also, dass es einfach stimmig anhört sich. Ein paar Namen, ich brauche Namen von euch. Ich werde alle dann platzieren, sobald ich sie sehe. Und in der nächsten Aufnahme dann machen. Oder dann im Livestream. Ja, leider, ähm, ist jetzt wirklich kein Kommentar. Habe ich gerade nachgeschaut. Weil das Projekt auch irgendwie nicht so ankommt bei meinen Leuten. Wahrscheinlich wegen Pixelmon. Pixelmon hat halt eher jugendliche Wirkung. Und ich bin ein Erwachsener. Also, ich habe einen Erwachsenenkanal. Ist klar, dass manche werden bleiben. Aber dank der 1.16, die hoffentlich bald erscheint, werde ich dann auch wieder ein paar mehr Leute, die Minecraft mögen, hier unlocken für das Projekt. Ist aber einfach so. Es war nicht so beliebt. So. Dann müssen wir halt Tränke nochmals reintun. Ah, nur die Sachen reintun, die ich jetzt auch brauche. Also, ja, die Sachen nicht reinlegen, die ich noch brauche. Genau, so herum. Und hier haben wir noch mehr Obsidian, also ein Portal. Können wir halt heute noch in den Näckel. Also in diesem Part. So. Es ist noch ein Dorf, wie ich gesehen habe, auf der anderen Seite. Aber da gehen wir dann das nächste Mal hin. Ja, die Pischeregale setze ich dann wieder neu hin. Fertig. Aber weil es hier so viele Dörfer gibt, nehmen Sie die lieber hier raus. Ja, hier gehe ich gar nicht rein. Das ist eigentlich auch immer das Gleiche. Ja. Mr. Back Bake Light. Backlicht, okay. Aber wir verkaufen heute Nachmittag frische, knuspige Brote zum halben Preis. Okay, nicht schlecht. Kann ich die für ein Dutzend von Pflanzen interessieren? Ja, das ist auch immer das Gleiche, leider. Aber ja, genau. Jo. Können wir eigentlich auch wieder zurück mit diesem Waypoint einfach mal ausprobieren. Aber zuerst möchte ich hier noch die Warten mitnehmen. Das ist wirklich ein schönes grünes Holz. Ja, okay. Kann schon noch ein bisschen schöner sein. Von der Farbe her. Aber ja. Ich möchte gerne jetzt einfach zurück und irgendwie neue Backpacks machen, weil die voll sind. Ja, wir müssen leider ein bisschen aussortieren. Wenn wir noch Zeit haben, können wir da... Nein, wir gehen gleich ins Neffer. Wir müssen ja nicht viel haben. Weil im Neffer ist vieles neu durch den Mod. Ähm, Beffer Neffer oder so heißt er. Hat sie irgendwo noch eine Kiste? Nein. So. Jetzt gehen wir direkt, warte kurz, ein bisschen Wasser mitnehmen. Und direkt mit ins Anfangsdorf. Ja. Okay, das ist es. Ja, für den Rest teleportieren wir uns. Ja. Das ist wirklich ganz nahe am Ding. So. Obsidian. Ne. Äh, jetzt muss ich spawnen. Nein. Wieso ist das wieder verpackt? Ich weiß es, es passiert manchmal, aber da kann man leider nichts machen. Ähm. 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 Löschen. Spawn. Weil sonst haben wir da Probleme. Ich liebe es so, dass man hier auch wieder richtig spawnt. Das ist ein, ja, ziemlich nerviger Bug von diesem, ähm, ja, Minimap. So, dann haben wir hier mal Bienen und so. Teakbaum, das möchte ich gerne pflanzen. Das ist alles von Natura, deshalb hier rein. Ähm. Ja. Wir haben sieben Obsidian. Wir haben noch keinen Zaubertisch gemacht. Genau. Hier kommen die rein. Und, ja, die Garten stellen nochmals dorthin. Und dann noch Pixelmonhammer, habe ich gesehen. So. Dann nochmals hier rein. Gut. Teakbaum bitte anpflanzen. Und jetzt nochmal das Obsidian suchen. Ja, klar mit dem letzten. Ja. Okay. Dann haben wir noch, äh, Diamanten. Machen wir einen. Äh, zwei. Und holen wir das andere Obsidian her. Sollte eigentlich reichen für das Portal auch. Jetzt müssen wir nochmals holen. Da. Zaubertisch. Zaubertisch. Neun, ne, es reicht nicht für das Portal. Okay. Mist. Wir brauchen nochmals Obsidian. Äh, oder haben wir den Zaubertisch jetzt zweimal gemacht? Ne, den Zaubertisch haben wir noch nicht gemacht. Naja. Naja. Okay. Unglück. Aber trotzdem nochmals zu wenig Obsidian. Ja. Machen wir da mal nochmals kurz hingehen. Und, ich weiss nicht, zehn brauchen wir eigentlich schon nicht neun. Also einer fehlt. Zwei, drei, vier, sechs, vier, ja. Zehn, drei. Gleich wieder nach oben. Nein. Nicht das aufhören. Nach oben bitte. So. Direkt jetzt mal hier nochmals an den Spawn. Haus im Signalrot habe ich immer am liebsten für das Haus. Und jetzt, ja, legen wir mal den Zaubertisch hier hin. Ein bisschen gefährlich, lieber hier hin. So. Und das Portal machen wir einfach mal hier unten. So. Werden wir alles noch umplatzieren, denke ich mal. Ja, jetzt haben wir aber zu wenig Holz. Ja. Heißen Schauf natürlich wieder rausnehmen. Gut. Jo. Jetzt können wir eigentlich auch noch ein Bözel gestehen. Und zwar... Ja. Scheinten irgendwo hier. Feuerstein. Wo haben wir denn Feuerstein? Da. So. Was haben wir denn die Dauer? 23. Ja, das reicht noch locker. Um ein bisschen uns umzuschauen. Ah, wie geil. So, ähm... Ja. Fangen wir das halt mal hier rein. Gut. Und dann freue ich mich schon aufs neue Neffer. Weil ich kenne den Mod wirklich jetzt noch nicht gut. Probieren wir mal aus. Ja. Sieht schon mal schön aus. Schön rot. Dann sollen wir noch mal Glitzen trinken. Dann können wir morgen im Livestream noch ein bisschen das Neffer erkunden. Was jetzt nicht so in ein Part passt, weil wir doch lange unterwegs sind. Ja, ich würde es ja auch mögen, wenn es mal ein bisschen schneller gehen würde. Aber leider ist das alles sehr anflussvoll. So. So ist 1.16. Mojang und Microsoft. So. Das möchte ich erst denn. So. Spawn am Haus. Also, ja. Spawn sind am Haus. Diese Kakteen möchte ich gerne mitnehmen. Aber, ja. Bis jetzt. Okay. Macht sogar Schaden. Wir haben zu wenig Platz im Moment. Ist noch ein bisschen am Lecken. Ein bisschen am. Nicht verstehen, wieso wir hier abbauen. So. Herz. Zwei Farben-Netwerk. Ist einfach irgendwie ein Licht ein Strand, denke ich. Sehr gut. Da haben wir schon netter Quarz. Ja, ich brauche unbedingt noch Level. Also, eventuell halt Monster einstellen. Ja, ich glaube das jetzt sicher nicht. Ja. Direkt mal ein Cocktail. Biome ist halt auch nicht so gut. Und Pixelmon spawnen halt auch nicht so gut. Weil neues Biome sozusagen. Kann man leider nichts machen. Ich würde jetzt zum Klostern hoch. Ist aber ein bisschen weit hoch. Ist aber ein bisschen weit hoch. Ja. Ist nicht so schlimm. Ja. Doch. Ist doch ein bisschen schlimm. ein anderes Schneck mag. Ich möchte gerne von Pilz zu Pilz gehen. Nein. Oh, hüpft doch. Mann. Immer dieses Strick. Ich mag die Taste Strick nicht. Wieso ist drinnen auf Strick. Es sollte irgendwie rechts halten schleichend sein oder so. Einfach die ganze Steuerung mal umstellen. Wäre eigentlich schlecht. Ja. Jetzt suche ich Glowstone und finde kein Glowstone. Also das gut erreichbar ist. Kann mir leider nichts machen. Müssen wir uns scheinbar hoch bauen irgendwo. Da ist eine Festung. Hier gibt es eher so ein Lava. Sind wir leider hier hoch gegangen. Müssen wir wieder runter. Ah. Geh doch durch. Sieht so aus, als würde man durchgehen können. Ja. Da kommt man überhaupt nicht hoch. Dann gehen wir einfach in die Richtung. Ich denke, das ist nur aus dem Brunnen. Mehr ist das auch nicht. Ja, da haben wir ja ein neues Biom. Auch ziemlich schön. Aber leider nirgendwo Wege, wo wir wirklich durchführen. Nein. Jetzt schaut mal rein. Ja, ich muss hier runter. Da haben wir Bäume. Sollen wir zu den Bäumen gehen. Ja, ich weiss jetzt gerade nicht, was ich so machen soll. Bei so vielen Dingen. Einfach mal von... Ja. Einfach mal die normalen Sachen holen. In einem Eck, also in einem neuen Part dann. Mal auch die... Nicht so... Also neun Sachen. Aber damit ich einfach weiss, was ich überhaupt habe. Und was nicht. Ja. Alles geht gleich. Aber diese nette Wurzelblock ist erst in 1.16 dann drin. Also es ist wirklich... Schon viel früher in diesem Mod drin gewesen. Und viel schöner. viel mehr Rot. Ja. Ziemlich geil. Aber hier ist leider nichts. Es ist einfach so ein Schwamm. Ja. Nette Warzenschwamm. Die möchte ich gerne mitnehmen. Die irgendwie wachsen. Ich denke schon. Jaja, sie wachsen. So sieht man sie. Ich nehme doch ein paar mit. Ich möchte gerne Schwarze Bären. Sehr gut. Ich nehme noch ein bisschen nette Warzen mit, wenn sie schon hier sind. Sowieso und sowieso. Ja. Also dann gehen wir wieder zurück. Wir haben wieder dieses Mal genug. Wir haben zeitliche Probleme. Aber es sieht doch nirgends schön aus. Einen Pilz. So. Ja. Dann können wir dort unten auch mal ein bisschen etwas anschauen. Das mitnehmen oder so. Wird nicht sicher auch wiederfinden. Aua. Geh weg. Wir kommen sie einfach mit. Sehr schön. Ey. Mega geil. Ja. Dann wissen wir, wie wir jetzt nachher verzauben können. Wir machen einfach Quarzabbau wieder. Dann bekommen wir auch gut Level. Sehr schön. Also einfach einen Livestream dann am Morgen. Den ähm. 11. April. Samstagmorgen. 11. April. Bis dann. Dankeschön fürs Schauen. Und Tschüss.